Wie kennt man Möchtegern Reiche auf Sardinien? Das Boot liegt nicht ganz so prominent im Hafen. Davor steht ein Mofa am Pier. Das wird mit einem Kanister bedankt. Oder man bunkert Wasser und etwas Proviant vom Supermarkt und bringt diesen mit dem Beiboot zur Yacht. Das Zodiak für zwei Mann ist aber so klein, dass man sich kaum alleine hineintraut. Die Frauen müssen sich auf alle Fälle mit Seemannsknoten auskennen. Sie sind es, die immer die Leinen lösen müssen.